Buzzerbeater, der Basketball-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Buzzerbeater und zur zweiten, das ist jetzt mittlerweile die zweite Videopodcast-Folge. Die ZuhörerInnen, die jetzt gerade das hören, die wissen es natürlich noch nicht, aber das nur schon mal vorneweg, könnt ihr dann auf YouTube auch wieder bei M94.5 sehen, wenn ihr wollt und ja, ist wieder viel passiert in den letzten zwei Wochen, darüber wollen wir auch unter anderem mal wieder reden, Finn lacht schon, weil er glaube ich auch da ein paar Sachen im Kopf hat, was auch passiert ist und worüber wir vielleicht reden sollten. Erstmal würde ich gerne meinen Pick zurücknehmen, was ich letztes Mal gesagt habe, die Utah Chiefs schaffen es nicht in die Playoffs, also in die ersten sechs. Ich habe nochmal nachgeschaut, das habe ich wirklich gesagt. Miami hast du auch nicht, glaube ich, in den Playoffs. Aber ich habe auch, glaube ich, wilde Picks. Ich würde gleich mal bei den Chairs aufbleiben. Die haben wir nämlich heute rausgesucht für Teamwork Makes the Dreamwork. Da haben wir gleich einen genialen Ton von LeBron James von letztes Jahr von der All-Star-Selection. I just want to say something, because there's no slander, there's no slander to the Utah Jazz, but you guys got to understand, you guys got to understand, just like in Videogames growing up, we never played with Utah. Even as great as Karl Malone and John Stockton were, we would have never picked those guys in Videogames. Ja, und das sagt schon alles. Also, da ging es darum, es waren insgesamt drei All-Stars von Utah Jazz. Mike Conley, Rudy Gobert und Donovan Mitchell. Ganz genau. Mike Conley kam nach für Devin Booker. Bei Rudy Gobert und Donovan Mitchell sah es so aus, dass es die beiden waren, die am Schluss drauf waren noch. Also, die wollten irgendwie Kevin Durant nicht haben und LeBron nicht und am Schluss waren es die einzigen beiden. Was komisch war, weil die waren zu dem Zeitpunkt erster in der Regular-Season. Aber es passt schon gut, weil es ist tatsächlich so, das merkt man auch jetzt, klar, vor der Saison war es schon, klar, die Utah Jazz sind ein gutes Team, sind letztes Jahr auch die Mannschaft gewesen mit der besten Bilanz auch. Aber in den Playoffs waren sie dann doch immer unterschätzt und haben sie auch nie jetzt so in den letzten Jahren das auch gezeigt und geschafft. Und dann hat es ja LeBron auch gerade angesprochen, selbst Malone und Stockton, zwei Stars aus den 90ern, sind ja auch zweimal in die Finals gekommen. Dann gegen die Chicago Bulls zweimal 2 zu 4 verloren. Gut, Michael Jordan ist halt auch nicht zu unterschätzen, aber das zeigt so ein bisschen, dass Utah immer schon so ein bisschen unterschätzt ist und auch in der Saison ein bisschen. Und jetzt zeigen sie aber in den ersten acht Spielen, dass sie, ja mancher hat sie vielleicht gar nicht in den Playoffs gesehen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin einer von denen, der sie ständig unterschätzen. Ich war auch ganz überrascht, hier im Sender haben wir einen Utah Jazz Fan. Grüße gehen raus. Ich war ganz überrascht, du wahrscheinlich auch. Ich habe noch nie davor einen Utah Jazz Fan gesehen. Nee. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Aber deswegen war es uns wichtig, dass wir jetzt über die reden. Und zwar, weil die jetzt wieder gerade einen heftigen Start haben, einen heftigen Lauf haben. 7 zu 1. Ja, jetzt letzte Nacht gegen Atlanta gewonnen, ohne Donovan Mitchell, der jetzt gerade mit, glaube ich, einem verstauchten Knöchel deswegen auch ausgefallen ist. Und ja, zeigt sich so ein bisschen einfach, dass es ein extrem ausgeglichenes Team ist. In dem Spiel jetzt ohne ihren besten Spieler oder zumindest dem Topscorer, der jetzt im Schnitt 25 Punkte macht, noch nicht jetzt so gut in der Saison ist, muss man sagen. Aber da muss man schon jetzt mal drüber sprechen. Donovan Mitchell und vor allem auch Mike Conley würde ich ansprechen. Die beiden, Mike Conley jetzt letzte Saison schon extrem gut gespielt, du hast es angesprochen, auch Allstar gewesen. Und ja, Donovan Mitchell kann sich jetzt dadurch auch ein bisschen mehr auf Scoring konzentrieren, was ihm schon sehr, sehr hilft. Er ist ein extrem athletischer Guard, der einfach vor allem durch seinen Drive zum Korb besticht. Sein Wurf ist immer noch so ein bisschen, würde ich sagen, das Problem. Manchmal, wenn er fällt, ist er einfach unstoppable, muss man sagen. Aber der ist nicht immer so konstant und nicht immer so da. Wobei wir da sagen müssen, dass der Wurf von allen gerade echt gar nicht gut fällt. Damien Lillard ist ein gutes Stichwort, oder? Wenn wir bei dem sind, der hat Wurfquoten jetzt in den ersten Spielen. Wahnsinn. Und bei Donovan Mitchell geht es ja auch. Also er hat jetzt, ich glaube, 41 Prozent aus dem Feld, die Dreierquote irgendwie bei 33, 34 Prozent. Das könnte besser sein. Und da sind wir bei Mike Conley, der wirft zurzeit wahrscheinlich so gut, wie er selten geworfen hat. Und klar, in den ersten acht Spielen muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil da überreagiert man dann auch gerne mal und denkt dann, dass ich das vielleicht auch so die ganze Saison weiter fortsetzen muss. Das ist natürlich nicht so. Aber man kann schon sagen, die Utah Jazz sind, glaube ich, for real. Und da sind schon die Gründe auch so ein bisschen in den Plays auch. Und da wollte ich jetzt mal, oder da haben wir uns auch vorgenommen, dass wir das auch nutzen, wenn wir jetzt einen Videopodcast machen, dass wir auch Szenen zeigen. Und da werde ich euch jetzt mal hier gleich live zeigen, was in der Offensive bei den Utah Jazz vielleicht auch wirklich gut läuft und woran es liegt, dass sie dann auch jetzt in den ersten Spielen so gut sind. Und da sieht man jetzt hier, haben wir Donovan Mitchell, der den Ball nach vorne trägt. Und da ist ein ganz typisches Play von den Utah Jazz, was man jetzt in den ersten Spielen gesehen hat. Ein ganz hoher Screen, der jetzt hier kommt von Royce O'Neal, der Donovan Mitchell helfen soll, dass er gleich mal ein bisschen mehr Platz generiert. Der absinkende Verteidiger hier, Jannis, der sieht es noch gar nicht so kommen. Und das sehen wir jetzt gleich im zweiten Bild, dass das nämlich genau dann das Problem ist, wenn du da nicht direkt hilfst. Nämlich hier sieht man, dass genau dieser Platz jetzt von Donovan Mitchell genutzt wird. Royce O'Neal hat den Pick gestellt, der Verteidiger der Bucks kommt natürlich nicht hinterher, weil er erstmal an Royce O'Neal, der dann doch noch eine Größe hat, erstmal vorbeikommen muss. Und Jannis ist nicht direkt dran. So, und das reicht natürlich Donovan Mitchell, seht ihr jetzt nicht, aber der trifft den Wurf. Und das sieht man nicht nur jetzt hier bei Donovan Mitchell, das machen sie gerne. Das macht zum Beispiel Mike Conley dann auch gerne im Duett, dann auch mit Rudy Gobert und auch mit Hassan Whiteside, den sie jetzt geholt haben, der jetzt in der letzten Saison noch bei den Sacramento Kings war. Und das ist so ein spezielles Play, das man da bei den Utah Jazz auf jeden Fall sehen kann, okay. Also ich würde sagen, dass sie mit das beste Pick-and-Roll-Team sind, so was es in der NBA eigentlich gerade gibt. Also die machen viel über diesen Pick und es funktioniert sehr, sehr gut bei denen. Absolut. Weil beim Passen sind sie gerade irgendwie nicht so richtig dabei. Also die haben wenig Spieler, die eins gegen eins Duelle gewinnen. Donovan Mitchell versucht es manchmal, aber das finde ich ist auch nicht so erfolgreich. Deswegen, also grundsätzlich sind solche Aktionen dann relativ typisch für die Jazz. Und es hilft auch, weil ich würde schon sagen, Donovan Mitchell ist dann doch einer, der eben auch durch seinen Drive kommt und Mike Conley kann das auch. Aber sie sind dann doch, Mitchell ist schon eher ein größerer Garde, aber Mike Conley ist dann doch eher jemand, der dann doch gerne über seinen Wurf kommt. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn du auch den Platz hast. Bei Jordan Clarkson müssen wir natürlich auch ansprechen, wenn wir die Utah Jazz sprechen. Gestern 25 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht. Und war wieder typischer Jordan Clarkson mal wieder. Er hat natürlich davor total off nichts getroffen, aber hat er danach auch im Interview gesagt, das fand ich auch interessant, das ist glaube ich bei so Spielern total wichtig. Ihm wurde in der Halbzeit gesagt, und es wird ihm immer von seinen Mitspielern gesagt, wirf weiter. Weil sie wissen, er kann halt einfach heiß laufen und in der zweiten Halbzeit hat er das genau gemacht. Und er macht das auch gerne. Er geht dann über diese Screens und da haben sie natürlich auch mit Gobert und Whiteside jetzt auch zwei Big Men, die dann auch zum Corp fest abrollen und dann mitgehen. Und mit Royce O'Neal, das ist natürlich der Vorteil jetzt bei den Jazz, haben sie noch einen sehr, sehr großen Power Forward, der auch den Dreier trifft. Und das ist natürlich immer gut, weil du dann als Gegenspieler auch switchen musst und auch draußen bleiben musst. Und dann hast du natürlich ein Eins gegen Eins, das ist in dem Fall auch bei Mitchell, wenn er gehen würde gegen Janis, wo er dann doch Schnelligkeitsvorteile hat. Und das ist natürlich hilfreich und super in dem Fall dann für die Jazz, was sie dann auch nutzen können und was ihnen dann nochmal einen Vorteil natürlich generiert. Du musst aber auch sagen, wenn du jetzt hier Jordan Clarkson ansprichst, der Dude hat 20 Dreier am Stück vermasselt. Also dass wir nicht sagen, oh krank geht der ab, Jordan Clarkson. Also Jordan Clarkson ist… Er hat nur drei Spiele 20 Dreier am Stück. Zu dem Play kann man halt sagen, das macht er ganz gerne. Aber Jordan Clarkson muss man natürlich immer ein bisschen kritisch betrachten, weil er schon sehr, sehr gerne wirft und manchmal auch ein bisschen übertreibt. Jetzt gestern Nacht war es natürlich positiv, aber das ist ein bisschen gefährlich. Und dann, wie du es gesagt hast, er hört nicht auf zu werfen, irgendwann fällt der Wurf schon einerseits. Andererseits ist er in der Defense dann sehr präsent. Also wenn es vorne gerade nicht läuft, weiß er, wo er jetzt dann anders seine Stärken einsetzen kann. Und dann ist er in der Defense deutlich präsenter. Das heißt, da haben sie dann sonst halt primär ein, zwei Spieler, die sich darum kümmern. Da haben sie vor allem einen, muss man schon sagen. Ich hätte jetzt noch Mike Conley erwähnt, weil der sich inzwischen verbessert hat in der Defense. Ja, aber Defense muss man halt von einem vor allem sprechen, das ist Rudy Gobert. Das ist jetzt nicht umsonst in den letzten vier Jahren dreimal Defensive Player of the Year geworden. Und da haben wir auch noch eine Szene dabei, weil das muss man bei Rudy Gobert auch einfach zeigen. Der ist in der Defensive so präsent, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und hier denkt man, ach, nach dem Screen hat er jetzt ganz viel Platz hier, das ist gegen die Sacramento Kings, hier Tyrese Halliburton. Und Rudy Gobert wartet hier in der Zone. Jetzt könnte man eigentlich denken, er kann entweder ins Eins gegen Eins gehen oder er nimmt jetzt einfach den Dreier. Aber Rudy Gobert wartet hier schon so ab und hat schon die Füße eigentlich perfekt gestellt. Und jetzt zieht Halliburton rein und Gobert hat sich eigentlich kaum bewegt, weil er weiß genau, wo er stehen muss und macht jetzt dann seine weiten Arme nach vorne. Und Halliburton kann gar nicht mehr spielen. Holmes hier, der Big Man, der läuft zwar mit, aber der Pass kann gar nicht mehr kommen. War jetzt in dem Fall auch nicht die perfekte Entscheidung von Halliburton, da hätte er vielleicht auch davor werfen können. Aber das zeigt wieder, dass Gobert in der Zone kaum attackierbar ist oder sehr schwer zu attackieren ist, weil erstens ist er für seine Größe wirklich schnell auf den Beinen, hat ein super Timing. Und zweitens weiß er genau, wo er zu stehen hat. Und das sieht man halt hier, Halliburton kann gar nicht richtig agieren. Und das ist einer der Gründe, warum auch die Utah Jazz in der Defensive sehr, sehr schwer verwundbar sind von Big Man und in der Offensive tatsächlich auch dann den Vorteil haben mit Rudy Gobert, dass sie da nochmal jemanden haben, der am offensiven Brett total präsent ist. Also Rudy Gobert, Problem natürlich, der ist einfach ein bisschen zu sehr auf diesen Stärken fokussiert. Das heißt, er hat halt außerhalb dieses Games defensiv und auch offensiv, dass er offensiv rebounden kann, sehr, sehr wenig. Das ist ein bisschen das Problem für sie. Aber sonst, also diese beiden Stärken, die er da hat, Offensiv-Rebounding und auch seine Defensive, die ist schon auch unterm Korb extrem. Ja, also wenn du gerade insgesamt schaust, sie sind gerade Zweiter in der Liga, was Rebounds angeht. Ich glaube, Dritter, Defense, Defensive-Rebounds. Also schon heftiges Team jetzt mit der Verstärkung durch Hasan Whiteside. Hast du nochmal jemanden dazu, der einer der besten Rebounder und Blocker ist in der Liga? Das ist ein sehr guter Ersatz nochmal für Gobert. Andererseits, jetzt muss man nicht ständig loben, man kann auch mal was kritisieren und da bin ich gerne dabei. Du hast es gesehen, dass es in den Playoffs nicht funktioniert hat, die Defense. Die Defense hat deswegen nicht funktioniert, weil Gobert Schwierigkeiten hat gegen Smallball. Und gegen die Clippers hatte er seine Schwierigkeiten und wurde bloßgestellt. Also die Clippers haben gemerkt, wo sind die Schwächen von Gobert. Und egal, wie gut er in der regulären Saison ist, die Teams haben es dann in den Playoffs gecheckt, was sie anders machen müssen in der Offense und haben sie ihn attackiert. Und ich weiß nicht, ob mit der Verstärkung durch Hasan Whiteside, ob die Chastis wirklich verstanden haben, was sie machen sollen, weil die haben sich jetzt im Prinzip einen geholt, der genauso agiert wie Gobert. Also für die Playoffs sehe ich wieder relativ schwarz. Ich sehe es genauso wie letzte Saison. Also sie sind ja letzte Saison in die zweite Runde gekommen. Und ich denke, es wird auch dieses Jahr wieder schwer werden, weil es, wie du sagst, auch ist, sie haben dann einfach das Problem gegen gewisse Lineups, haben sie nicht die richtigen Spieler. Sie haben jetzt eben mit Whiteside vielleicht auch den Gedanken gehabt, okay, wir können vielleicht auch unseren Spielstil dann auch in der zweiten Fünf so weiterspielen, natürlich mit Whiteside. Und er ist unterm Korb ja auch eine extreme Waffe und hat auch schon in der Saison gezeigt, dass er da, was Blocking angeht, unterm Korb extrem gut ist. Aber ich sehe es auch eher kritisch, weil Donovan Mitchell ist schon ein Spieler, der dann in den wichtigen Momenten da sein kann und seine Würfe trifft. Und Conley zeigt jetzt auch, dass er Verantwortung übernehmen kann, dass er auch ein bisschen Last von den Schultern von Mitchell nehmen kann. Hat jetzt auch in der Saison bei guten Quoten, legt er 17 Punkte auf. Wobei man generell sagen muss, bei den Utah Jazz, was schon wirklich ein Pluspunkt ist, sie haben extrem ausgeglichenes Scoring. Ich glaube, fünf Spieler sind es, die in Double Digits sind, also die zweistellig scoren. Aber sind nicht die Spieler, die dann auch in den Playoffs die wichtigen Buckets normalerweise versenkt haben und auch in diesen wichtigen Momenten schon standen. Und da weiß ich auch nicht, ob das sich verändert hat und ob sie wirklich den Schritt dann gehen können in die Conference Finals. Also was mir vor allem gefallen hat, ist, dass sie sich jetzt nochmal breiter aufgestellt haben. Du hast jetzt, ich finde, du hast einen der besten Bänke in der ganzen NBA. Jetzt habe ich das schon vorhin gesagt mit dem Pick'n'Roll, aber auch bei der Bank, was die inzwischen als Ersatzspieler haben mit Jordan Clarkson, mit Joe Ingles. Joe Ingles ist Wahnsinn. Also du hast da wirklich gute Spieler, die den Starting Five einfach so ein bisschen, denen so ein bisschen die Energie geben können, weil sie nicht ständig durchspielen müssen. Ich glaube, letzte Saison Donovan Mitchell, der Spieler mit dem höchsten Usage Rate, 33 Minuten. Vergleich das mal mit anderen Teams, da ist das nicht wirklich so viel, 33 Minuten. Und das merkt man jetzt schon, dass sie das mehr ausgleichen wollen, glaube ich. Ich glaube, das ist so eine Sache, wo sie dann schon auf die Playoffs hinausgehen, wo sie sagen, da wollen wir unsere Spieler schon mal showen, dass die in den Playoffs dann wirklich ready sind und noch Energie haben. Und dazu ganz kurz noch, Rudy Gay ist jetzt zum Beispiel noch gar nicht mit dabei und der kann ja auch nochmal einen ganz anderen Scoring-Aspekt bringen und ich glaube, das ist auch ein Spieler, natürlich nicht von dem Kaliber, der dann in den Playoffs die ganz wichtigen Würfe trifft, aber schon jemand ist, dem man dann auch in den letzten Minuten den Ball geben kann und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Riesenwaffe, die sie da dazu gewonnen haben. Aber ich denke auch, es wird schwierig, dass sie in den Playoffs noch einen weiteren Schritt gehen. Defensiv schon ein starkes Team, kommen da auch über die Team-Defense und haben das jetzt auch in den ersten Spielen gut gemacht. Das war auch letzte Saison so, dass sie sowohl offensiv als auch defensiv wirklich zu den Top-Teams gezählt haben. Aber wenn man dann auch eins gegen eins sieht, wenn man dann auch gegen große Flügelspieler spielen muss, wenn man da an einen Paul George denkt, einen Kawhi Leonard denkt, wenn man dann auch noch ein bisschen weiter denkt, vielleicht über einen Kevin Durant oder über die Lakers mit Anthony Davis, dann der vielleicht sogar seinen Dreier auch mal trifft, dann sehe ich auch Probleme. Wie soll man das dann verteidigen? Was mir gerade vor allem Sorge macht, ich weiß nicht, ob Sorge das richtige Wort ist, aber schau dir mal die Assists an von den Utah Jazz. 30. Seit 40 Jahren ist das die schlechteste Rate von Assists zu wirfen aus dem Feld. Ich weiß nicht mehr ganz, ob es jetzt nur die Utah Jazz sind. Wenn es die ganze NBA wäre, wäre es heftig in 40 Jahren. Aber scheinbar funktioniert es. Das ist ja das. Also ich habe kein Problem damit tatsächlich, wenn ein Team irgendwo letzter ist bei irgendwelchen Statistiken, sobald sie mir bei anderen Statistiken erklären, warum. Und wenn sie bei anderen Statistiken zum Beispiel Würfe aus dem Feld heraus, wo sie mit die meisten Würfe nehmen, bei den Dreiern ja auch. Und sobald das funktioniert, dann ist mir das tatsächlich auch egal, als Fan theoretisch auch. Also wenn ich jetzt Utah Jazz Fan wäre, hätte ich damit kein Problem. Ich weiß aber noch nicht ganz, ob sich das so durchziehen kann, dass man wirklich, gerade bei Utah, bekannt durch John Stockton, der beste Assistgeber, den es je gab. Und ausgerechnet die haben die schlechteste Rate, finde ich schon heftig. Für die ist das ja das interessant. Hätte ich auch gar nicht so, also wenn das jetzt so ist, Wahnsinn, weil ich hätte es nicht so eingeschätzt. Aber das kann ja vielleicht davon kommen, wir haben vorhin das Play gesehen, kann ja schon, wenn das Play so öfter gespielt wird, und das war in den ersten Spielen so, dann bringt ja Donovan Mitchell den Ball. Und dann kommt ja der hohe Pick und dann wirft er. Das heißt, es gibt ja gar keinen Assist. Und das ist ja eigentlich ein guter Wurf. Deswegen, das hängt ja davon auch ein bisschen ab. War viel mehr Ballmovement drin. Und da hat es nicht so funktioniert. Also da hat es dann aber nicht so funktioniert mit dem Ballmovement, wenn sie es zu viel gemacht haben. Und jetzt machen sie es ein bisschen weniger. Und es funktioniert besser, würde ich sagen. Also können sie damit eigentlich ganz gut bleiben. Ja, aber wir müssen generell, das habe ich ja schon auch angesprochen, es sind halt die ersten acht Spiele. Man kann so ein bisschen was herauskristallisieren und sagen, die Jazz haben jetzt auch schon gegen Denver zum Beispiel gespielt. Auch eine Top-Mannschaft. Also man kann auch schon sagen, sie haben auch Gegner gehabt, die man auch einschätzen kann, wo man sagen kann, okay, das ist ein Sieg, den man dann auch irgendwie einordnen kann, ohne Jamal Murray, aber trotzdem gegen eigentlich ein Top-Team. Aber es sind dann doch noch nicht so viele Spiele gespielt, dass man da eine genaue Einschätzung geben kann. Ich finde es auf jeden Fall auch insgesamt spannend bei den Utah Jazz mit den Besitzern, die sie haben. Also der Besitzer, der jetzt dazugekommen ist Anfang des Jahres mit D. Wade, ist natürlich ein Mensch, von dem die Spieler auch alle nochmal was lernen können. Also so ein Dwayne Wade, der bringt da nochmal andere Erfahrungen mit. Ich fand es extrem überraschend, dass der Co-Owner geworden ist bei den Jazz. Aber irgendwie passt es wieder so zu dem anderen Besitzer, zu Ryan Smith, zu einem junger, etwas entspannterer, coolerer Dude. Irgendwie passt es dann, dass der mit so jemandem dann Bock hat, das zu machen. Ich fand es auch interessant, dass ja auch Donovan Mitchell dann, es kam ja dann auch raus, dass Donovan Mitchell und D. Wade wohl ein bisschen auch miteinander gearbeitet haben, was ja auch passt. Beide Shooting Guards, da kann glaube ich auch Donovan Mitchell noch was mitnehmen von einem Champion wie D. Wade. Und der ist jetzt auch oft bei den Spielen dabei. Also ich hatte das erst gar nicht so wahrgenommen, aber scheint er dann doch da mehr involviert zu sein. Und finde ich auch interessant, weil so viele ehemalige Spieler, die jetzt auch Owner sind, gibt es ja gar nicht. Also ich glaube Shaquille O'Neal ist Co-Owner bei den Kings, Sacramento Kings. Und ich glaube Grant Hill bei den Atlanta Hawks. Und sonst, klar, gibt es halt noch Michael Jordan, der ist der einzige Mehrheitseigentümer so. Aber finde ich ganz interessant, vor allem, weil ja die Wade keine Beziehung irgendwie zu Utah hat, oder? Das finde ich tatsächlich noch viel spannender, wenn du jetzt über Utah nachdenkst. Das ist ja in Salt Lake City, Utah Jazz. Und Utah ist so ein sehr konservativer Mormonen-Staat. Und Ryan Smith ist auch selbst Mormone und der ganze Staat wählt seit den 50ern republikanisch. Ich glaube einmal in den 60ern für den Demokraten. Ich glaube Kennedy. Und wenn du jetzt dann vergleichst, was deren Idee so von LGBTQ plus ist, sehr, sehr, sehr schwierige Vergangenheit, die die Mormonen da haben. Und jetzt schaut die Dwayne Wade an mit seiner Tochter, die ja als Junge geboren ist. Und er aber selber sagt, er sieht sie als seine Tochter an. Und sie ist, glaube ich, 14 Jahre. Und er engagiert sich sehr für LGBTQ-Rechte und für so Courses. Deswegen finde ich diese Ambivalenz auch nochmal heftig. Wenn du schaust, wer da jetzt gerade mit wem zusammen ein Team führt, finde ich überspannend, dass das irgendwie scheinbar funktioniert. Aber vielleicht ist das dann ja auch nochmal so ein Punkt, dass er sagt, okay, er weiß, wie die Situation in Utah ist und möchte da vielleicht dann auch nochmal seinen Einfluss und seine Möglichkeiten nutzen, dass er vielleicht dort auch eine, an dem Punkt auch vielleicht eine Veränderung initiieren kann. Das wäre ja vielleicht ein guter Gedanke. Also ich weiß nicht, was Dwayne Wade denkt. Ich habe jetzt länger nicht mit ihm telefoniert. Aber das wäre, glaube ich, interessant, was da rauskommt. Aber in dem Zusammenhang, glaube ich, müssen wir noch über den anderen Besitzer sprechen. Ich würde jetzt nicht ausführlich darauf eingehen, aber ganz kurz nochmal ansprechen, dass es gerade ja Untersuchungen gibt gegen Robert Zaver von den Phoenix Suns wegen Misogyny, also Frauenfeindlichkeit, wegen Rassismus, was ihm vorgeworfen wird. Und 70 ehemalige Angestellte haben sich doch inzwischen, glaube ich, glaube ich, über die Jahre verteilt. Also du kannst nicht sagen, ja, das ist alles in den letzten zwei Jahren passiert. Das waren die letzten über zehn Jahre. 17, glaube ich. 17 Jahre ist er jetzt da. Oder ist er der Besitzer, Robert Zaver? Und das finde ich schon sehr heftig, was da alles rauskommt. Und die Verwendung des N-Words, wo er jetzt irgendwie alles abstreitet, aber es anscheinend mehrere Leute gehört haben. Also da hast du jetzt einiges, was zusammenkommt. Und wir hatten ja damals bei den Clippers den Fall, dass es eine Untersuchung gab gegen Donald Sterling. Und dann wurde ihm das Team entzogen. Oder er wurde dazu bewogen, es zwangszuverkaufen. Ja, und es ist jetzt, glaube ich, auch genau die gleiche Anwaltskanzlei, die dem angenommen wurde. Also die von der NBA quasi auch darauf angesetzt wurde. Also ich habe das Gefühl, die NBA nimmt solche Sachen auch wirklich immer sehr ernst. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass die solche Sachen nicht einfach abtun, sondern schon ihre eigenen Untersuchungen betreiben. Ich glaube, die haben das dann doch noch trotzdem gerne in der Liga selbst. Aber da bin ich mal gespannt, was Adam Silver macht. Das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also du hast natürlich recht, das sieht sehr gut aus. Und so muss es auch sein, dass da auch von der NBA die Initiative ergriffen wird. Aber ich denke mir dann auch, das erwarte ich auch von dieser Liga. Weil was man da jetzt auch gehört hat, was du gesagt hast, einerseits da in Bezug auch auf den Coach sogar, dass diese Worte gefallen, die du angesprochen hast mehrmals. Nach einem Spiel gegen, ich glaube, es war 2016, gegen die Golden State Warriors, gegen den amtierenden Meister. Aber es spielt ja gar keine Rolle, in welchem Bezug. Es ist einfach komplett widerwärtig und spannend, wie das jetzt ausgeht. Und es gibt auch noch einen neuen Fall. Ich weiß nicht, es bewegt sich was auf jeden Fall in New York und zwar für Kyrie Irving. Denn es gibt einen neuen Bürgermeister und der ist relativ offen dafür, jetzt diese Mandate, dieses Corona-Regel quasi zu ändern. Ab Januar könnte es möglich sein, dass Kyrie wieder für die Brooklyn Nets spielt. Ich bin gespannt, ob das wirklich so klappt. Glaubst du es? Also ich hätte keinen Bock an der Stelle von den Nets. Weil dann im Januar kommt da wieder was Neues, mit was er anfängt. Ich finde, der hat jetzt wieder einfach gezeigt, er ist zu unverlässig. Und ich hätte keinen Bock drauf, jetzt erstmal zwei Monate noch zu spielen ohne ihn. Und dann kommt er irgendwann wieder rein. Weiß ich nicht, wie sie es sucht. Ähnlich, weil das Team spielt sich ja jetzt auch ein und gewöhnt sich ja jetzt auch irgendwie an das Spiel auch ohne ihn. Klar, er würde ihm auf jeden Fall helfen, da brauchen wir gar nicht reden. Aber ich fände es auch schwierig, dass das jetzt auch so ein bisschen wieder überhaupt möglich sein könnte. Und irgendwie Kyrie für die Situation, die er auch irgendwie so ein bisschen geschaffen hat, und dass es möglicherweise dann für ihn doch gut ausgeht. Also klar, für ihn als Spieler dann natürlich positiv, weil er dann irgendwie vielleicht doch nochmal eingreifen kann. Aber da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das verändern wird und was sich da tun wird. Weißt du, worauf ich noch gespannt bin? Was sich da tut? Ich kann es mir vorstellen. Auf die Rookies. Ich bin gespannt, was sich da die ganze Saison tun wird. Und wir haben letztes Mal ja schon so Awards vergeben, wo es ja um Rookie of the Year ging, was natürlich viel zu früh ist. Aber was wir schon machen können, Rookie of the Month, da geht es dann um den Monat Oktober. Das ist auch, das können wir ja dann nochmal dazu sagen, das ist eine Kategorie, die wir auch so fest implementieren wollen. Die wollten wir eigentlich schon damals implementieren. Aber das war halt im April und da wäre der letzte Monat dann so gewesen. Weil das ganz interessant ist, glaube ich, vor allem auch in dem Jahr, wie entwickeln sich die Rookies. Das ist, glaube ich, schon eine sehr interessante Rookie-Class, wo man, glaube ich, wo einige Spieler dabei sind. Auch ein Deutscher, was eine Riesenüberraschung war, fand ich. Also ich habe mit viel gerechnet, ich habe die Pre-Season tatsächlich auch so ein bisschen verfolgt, weil mich interessiert hat, okay, Franz Wagner, wo kann man ihn erwarten? Und ich war auch richtig, ich war überrascht, als er an Acht gezogen wurde. Aber ich war positiv überrascht für die Orlando Magic auch, weil ich extrem viel von Franz Wagner halte, was man davor auch am College gesehen hat. Klar, er muss sich schon noch weiterentwickeln, muss auch noch ein besseres Ballhandling entwickeln, dass er auch den Ball selbst bringen kann. Und sein Wolf muss sich auch noch verbessern, aber seine Defense, die er schon hat und die sich auch noch verbessern wird, glaube ich, die ist extrem stark. Und dass er eben auch eigentlich von 1 bis 4 gefühlt alles verteidigen kann. Aber dann hat man in der Pre-Season nicht so viel davon gesehen. Und jetzt, also das war ja unglaublich, allein der Dank gegen die Timberwolves, also sowas von aufs Poster gepackt, also das war ja unfassbar. Sehe ich das jetzt richtig, dass du jetzt dann Franz Wagner nimmst als dein Rookie of the Month? Nee, tatsächlich nicht, ich bin ein bisschen gehypt, weil er halt Deutscher ist und ich das gar nicht erwartet habe, aber ich bin bei einem anderen Spieler tatsächlich. Bei wem bist du? Ich bin bei Scotty Barnes von den Toronto Raptors, der vierte Pick. Bin jetzt gar nicht so bei, also Cunningham und Green, wir haben ja letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen, sind schon Spieler, wo ich sage, die könnten es am Ende auch machen dann, aber jetzt, wenn man den Monat nimmt, dann sage ich auf jeden Fall Scotty Barnes, einfach aus dem Grund, dass er, klar, Siakam fehlt gerade noch, natürlich der Unangefochten ist da bei den Raptors, aber er nutzt halt seine Zeit extrem gut und hat jetzt, glaube ich, im Schnitt 18 Punkte, 9 Rebounds und auch 2 Assists bei wirklich guten Quoten aus dem Feld. Der Dreier, sein Wurf, der ist schon noch ein bisschen ein Problem, aber er besticht halt erstens durch sehr, sehr gute Defense und das, was ich gerade bei Wagner angesprochen habe, kann man bei ihm auch sagen. Ich glaube, er ist 2,05 Meter, 2,06 Meter groß und ist aber extrem mobil und extrem schnell und was ich extrem gerne bei Spielern mag, ist, wenn sie immer bei eigenen Würfen auch nachgehen, wenn sie nie einen Ball irgendwie verloren gehen lassen. Ein bisschen nach Donovan Mitchell-Art, finde ich. Ein bisschen, aber ich finde, bei ihm ist es nochmal ausgegeben, also ich habe so viele Putback, nicht nur Dank, sondern auch einfach Putback-Würfe dann auch gesehen, dass er quasi unterm Korb dann auch den Ball wieder bekommen hat, seinen eigenen Wurf, den er vergeben hatte und das sehe ich extrem gerne und er hat einfach keine Angst, auch vor den größeren Big Men. Wir haben jetzt gegen die Indiana Pacers auch schon zweimal gespielt, da hat er zweimal wirklich sehr gut gespielt und auch vor einem Dobvantas Sabonis, seines Zeichens einer der großen Stars bei den Pacers, hat er überhaupt keine Angst gehabt und ist da reingezogen und man hat auch gesehen, dass er so einen einigermaßen soliden Wurf auch schon hat aus der Mitteldistanz, der natürlich noch besser werden muss. Und ja, ich sage, da kann man noch sehr, sehr viel erwarten, glaube ich, als Raptors-Fans und bin gespannt, wie er sich entwickelt. Ich bin verbessert mit derselben Aussage. Stark. Ich mache es nicht ganz so ausführlich wie du. Finde ich gut. Warum bist du zu viel? Finde ich gut. Dann verstehen die Leute zumindest so, warum du ihn gut findest oder was sie erwarten können. Und da ich letztes Mal so viel über ihn schon geredet habe, brauche ich es nicht nochmal ausführlich erklären. Ich sehe, warum er es nicht sein könnte, aber ich gehe trotzdem meinen Plädoyer für ihn ab. Und zwar Jalen Green. Wahrscheinlich viel zu gehypt durch dieses eine Spiel gegen die Boston Celtics. Aber er hat einen Rookie-Rekord aufgestellt für die meisten Dreier. Er hat 30 Punkte, waren es, glaube ich, gegen die Celtics geworfen. Ich glaube auch 30, ja. Und insgesamt einfach, was der Verdanks nochmal rausgeholt hat. Also, was der da ausgepackt hat am Schluss. Man muss dazu sagen, die Spiele gehen gerade sowas von gegen die Rockets. Also die Rockets unterirdisch, 1 zu 7 stand jetzt. Also, ich weiß nicht bei dem Team, wie viel er da wirklich Impact haben kann, wird. Aber was ich schon mal jetzt gesehen habe, ich bin so ein Spieler, also ich bin so ein Mensch, ich lasse mich gerne mitreißen von solchen Hype-Spielern. Lamello Ball, Jalen Green, man merkt es. Wobei bei Lamello Ball ja wirklich auch der Hype mittlerweile, muss man sagen, wirklich angebracht ist. Aber da hat man jetzt ja auch am Anfang noch schön drüber gelacht, so wie du, ah, Lamello Ball. Aber tatsächlich zu Jalen Green, ich habe ihn halt jetzt nicht mit reingenommen, weil ich fand jetzt in dem Monat, hat er einfach keine guten Quoten gehabt und teilweise schon auch noch Spiele, die man auch Rookies ein bisschen verzeihen muss, drin gehabt. Deswegen fand ich das jetzt bei Franz Wagner zum Beispiel extrem beeindruckend. Und bei Scotty Barnes sind es zwei Beispiele, die schon extrem konstant sind. Und das ist tatsächlich in den ersten acht Spielen in der NBA, ich glaube, bei Barnes waren es, glaube ich, nicht acht, ganz nur sieben. Aber dass sie jetzt schon in den ersten Spielen so viel zeigen, das hätte ich nicht erwartet. Und bei Green sieht man halt schon so ein bisschen in Ansätzen, boah, er ist extrem explosiv und athletisch. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wie du sagst, die Dunks, die habe ich ja auch gesehen. Da habe ich mir auch gedacht, was ist hier los? Ich glaube, ich habe sie dir auch später noch danach geschickt, nachdem das Spiel zu Ende war. Ja, ich hatte es gar nicht so mitbekommen und dann sehe ich das und denke mir so, ist das so heftig gewesen. Ich finde es dann aber schon ganz nett, tatsächlich, wenn du sowas auspackst. Und er hat sich auch voll gefeiert und liegen es ja einfach trotzdem mit 15 Punkten hinten. Und da weiß ich nicht, ob das so angebracht ist in der NBA. Ich glaube, da sollte er noch schnell gehumbled werden, weil er soll sich dafür nicht feiern, dafür, dass sein Team gerade verliert. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Qualität ist, sich selber dafür zu feiern. Und so dieses, so ein bisschen auf diesem Ego-Trip gefällt mir nicht so. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch bei ihm die Gefahr, dass er zu viel dann auch selbst scoren will und machen will, was man in den ersten Spielen jetzt auch sieht. Klar, jetzt in dem Jahr geht es bei den Rockets ja auch wie genauso bei den Magic und auch bei den Raptors, viel darum, Spieler auch zu entwickeln, vor allem die jungen Spieler. Aber man muss es dann trotzdem mit Abstrichen machen. Aber er zeigt schon dieses 30-Punkte-Spiel gegen die Celtics. Er hatte, glaube ich, noch ein, zwei Spiele, wo er auch wirklich gute Quoten hatte, auch sein Dreiergut getroffen hat, wo ich so ein bisschen auch Bedenken hatte, trifft er seinen Wurf auch gut und kann er so das, was er in der G-League schon gezeigt hat, dann auch wirklich auf dem Top-Level zeigen. Aber man sieht es in Ansätzen, aber man muss ihm halt auch noch Zeit geben. Ich denke aber, das wird bei Barnes und auch bei Wagen und bei den anderen Rookies auch sein. Die brauchen einfach ein bisschen. Aber deswegen finde ich die Kategorie Rook of the Month extrem gut, weil da kann man nach ein paar Spielen immer absehen, wie ist vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung. Das ist vielleicht dann auch so ein bisschen unsere Aufgabe auch, dass wir das so ein bisschen beobachten. Bin ich auch mal gespannt, wie das dann in Zukunft weitergeht, in den nächsten Monaten. Wir haben über Lamello schon geredet. Und was wir noch bei uns immer drin haben, ist eine andere Rubrik. Die hatten wir jetzt schon länger nicht mehr dabei. Was wir schon mal nicht mehr machen, ist, dass wir irgendwelche Strafen machen und uns einfach nichts mehr eingefallen ist. Das haben wir ja schon mal erklärt. Aber wir haben wieder Joubet drin. Und diesmal geht es um die Hornets und die Bulls. Ich weiß nicht ganz, was da die Connection ist. Ich habe auch gar keine Ahnung. Vielleicht die beiden Brüder. Da sind da Brüder dabei. Da haben wir nämlich, die haben wir uns mal rausgepickt, die beiden Teams. Denn unsere nächste Folge ist mal eine ganz spezielle Folge. Denn wir haben unseren zweiten Gast nach Leonie Fiebig. Wirst du es sagen? Oder wollen wir einfach das Video zeigen? Ich glaube, wir zeigen einfach mal das Video. Ihr könnt gespannt sein, weil ihr seht die Person, die in eineinhalb Wochen bei uns sein wird. Und es geht darum, Inhalt des Videos ist schon mal die Wette, der ein Tipp, den er abgibt. Jetzt habe ich schon verraten, dass es ein R ist. Und danach kommen unsere Tipps, würde ich sagen. Ja, es geht so ein bisschen um die nächsten eineinhalb Wochen und um die beiden Teams. Charlotte Hornets und auch die Chicago Bulls. Servus, hier ist der Alex. Ich sage, zwischen dem 6. und dem 14. November holen die Chicago Bulls um Lonzo Ball mehr Siege als die Charlotte Hornets um den Bruder von Lonzo, um Lamello Ball. Gründe, Schwierigkeitsgrad der Gegner sehr, sehr ähnlich. Aber die Bulls drei Heimspiele, die Hornets nur ein Heimspiel. Die Hornets, defensiv bisher katastrophal, offensiv richtig gut. Auf der anderen Seite die Bulls auf beiden Seiten des Feldes. Richtig, richtig ordentlich. Die Bulls halte ich generell für die bessere Mannschaft. Also mehr Siege in diesem Zeitraum für Chicago. Gut, da haben wir es gehört. Alex Vogel, Experte bei The Zone und bei Magenta Sport und Kommentator, sagt, die Chicago Bulls werden die meisten Siege holen. Ich finde es ganz cool, dass wir es dann zusammen auflösen können. Wenn er hier ist, wird dann Präsenz stattfinden. Ich wollte auch gerade sagen, was sollen wir zu dem Plädoyer eigentlich noch großartig hinzufügen. Tatsächlich das mit den Chicago Bulls. Da bin ich gespannt, ob das auch so bleibt. Weil die Defense, da hatten wir auch letzte Woche, vor zwei Wochen, pardon, drüber gesprochen. Das sollte eigentlich ja schon so weniger das Steckenpferd sein. Aber bis jetzt machen sie es tatsächlich ganz in Ordnung und stehen ja auch extrem gut da. Was ist dein Tipp? Ich denke, ich bin bei Alex Vogel. Tatsächlich, die Chicago Bulls machen es. Ich bin bei den Hornets. Musst du ja fast sein. Du musst auch so ein bisschen Kontra geben. Einerseits, weil es mich nervt, weil alle das Gleiche sind. Andererseits denke ich es tatsächlich. Und zwar sehe ich vor allem die Spiele gegen die Kings, die Knicks und potenziell Grizzlies als drei Spiele, die die Hornets gewinnen können. Bei den Bulls weiß ich nicht. Die haben die Sixers, die Nets. Ja, es sind schon schwere Spiele dabei bei den Bulls. Es sind schwere Spiele bei beiden dabei, aber ich sage trotzdem die Hornets. Ja, und sie haben jetzt auch schon einige schwierige Spiele auch gewonnen. Die Chicago Bulls sind auch öfter mal nochmal nach Deficits, also nach Rückständen zurückgekommen. Also ich bin ein guter Ding. Und dann freue ich mich auf jeden Fall an der nächsten Folge das aufzunehmen. Ich glaube, wir freuen uns beide sehr. Und dann haben wir noch unseren Instagram-Anteaser, das darfst du da machen. Bleibt uns noch ein bisschen genau auf unsere Social-Media-Kanäle zu verweisen. Bei Instagram natürlich BuzzerbieterM945 und natürlich auch bei Facebook. Und das, denke ich, war es mit der zweiten Videofolge. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und dann sehen wir uns in eineinhalb Wochen wieder hier. Bis dann, macht's gut. Bis dann. Buzzerbieter, der Basketball-Podcast. Buzzerbieter. Buzzerbieter, der Basketball-Podcast. Buzzerbieter, der Basketball-Podcast. Buzzerbieter, der Basketball-Podcast.